Was habe ich für eine fürchterliche Angst? Warum musste ich auch durch diesen dunklen Urwald gehen? Jetzt habe ich Angst. Aber wisst ihr, was ich tue, damit ich keine Angst habe? Das werde ich euch jetzt sagen. Wenn mich die Angst beschleicht, erhebe ich mein Haut und pfeif ein frohes Lied, das ja kein Apfel glaubt. Ich habe Angst. Was ist denn das? Ach so, Klein Bibu. Du brauchst keine Angst zu haben, Klein Bibu. Ich beschütze dich. Mit mutterweichen Knien schaue ich gelangweilt rein. Etwa so. Und pfeif ein frohes Lied, dann ahnt bestimmt kein Schwein. Meine Angst. Oh, was ist denn das? Das ist ein schreckliches Ding. Ach so, nur ein Schmetterling. Am Ende der Geschichte bin ich ganz seltsam dran. Oh, ich denke, ich mache den anderen was vor und lüge mich selber an. Oh, was ist denn das für ein schreckliches Und hier? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Du, warum schreist du denn so grobi? Ach, du bist es. Ach, das ist mein Freund Krümelmonster. Oh, oh, oh. Oh, oh. Keine Angst! Du, ich hab wirklich keine Angst, nicht? Nein, nein, du hast keine Angst, du nicht. Wir haben nie mehr Angst, alle beide nicht. Hallo, wie geht's euch denn so?